Musik Ich finde es richtig toll, wie viele Fotografen da sind. Also ich freue mich sehr, das jetzt auf der großen Leinwand zu sehen und zwar in Deutschland. Ich freue mich heute Abend auf die Reaktion. Ich hoffe, dass man viel lacht. Musik Ich bin, ehrlich gesagt, tierisch aufgeregt. Timo, unser Regisseur, fühlt sich jetzt schon so an wie ein Familienmitglied, weil ich ihn jetzt schon seit 2008 kenne. Und ja, es ist total schön, alle wiederzusehen. Ich bin super begeistert. Es wird verrückt und es wird ein Spaß und ein wilder Reaktion, in jedem möglichen Aspekt und sogar im unmöglichen Aspekt. Es ist etwas, was man nicht erwartet kann. Arthur Reun! Oh verdammt, der wollte mich wohl verarschen. Ich fand ihn cool, definitiv. Ich bereue keine Sekunde, dass ich da beim Crowdfunding dabei war. Super umgesetzt, die tollen Ideen. Es gibt auf dieser Welt zwei Arten von Menschen. Bei die Fresse, Schätzchen. Der nimmt sich selbst nicht ernst, der ist spannend bis zum Schluss. Es ist einfach großes Kino und es ist eine wunderschöne Story und es ist alles ziemlich verrückt und das Verrückte macht einfach Spaß. Es war sehr unterhaltsam, es war sehr witzig, kann ich wirklich sehr empfehlen. Zeit zum Töten! Zeit zum Töten!